Down, Set, Short. Es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge Down, Set, Short mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Und der Grund ist, dass die New England Patriots ihren letztjährigen Starting Quarterback mehr oder weniger überraschend entlassen haben. Die Rede ist von Cam Newton, der ist ab sofort arbeitslos. Ja, mehr überraschend, oder? Würde ich sagen. Also, ich hatte ja noch, wenn du dich erinnerst, ich hatte ja letzte Woche in den News gesagt, dass es mir vorstellen könnte, dieser Corona-Test, ich sag jetzt einfach mal, bürokratische Fehler. Also Cam hat sich ja täglich testen lassen, also er ist nicht geimpft, deswegen muss er sich täglich testen lassen. Er hat sich auch täglich testen lassen, aber ein Test ist da irgendwie nicht richtig übermittelt worden, weil der auch stattgefunden hat außerhalb der Facility an einem freien Tag. Und weil das halt nicht ordnungsgemäß abgelaufen ist, wurde er dann, oder musste er für fünf Tage raus, weil er fünf Tage lang durfte nicht beim Team sein. Und ich hatte ja damals gesagt, ich könnte mir halt vorstellen, sowas ist vielleicht so ein Tiebreaker in der Frage, wer spielt Cam Newton oder Mac Jones, wer startet. Weil die Patriots hatten ja noch keine Entscheidung da verkündet, hatten sie bis jetzt auch noch nicht. Aber ich hätte halt nicht gedacht, dass es letztlich vielleicht sogar die Frage ist, steht Cam Newton am Ende im Kader oder nicht? Ja, das wäre auch meine Frage gewesen. Also warum entlassen die Patriots ihn sofort, beziehungsweise zum jetzigen Zeitpunkt? Weil wenn es nur sportliche Gründe hätte, dann hättest du ja auch einfach sagen können, okay, Mac Jones ist unser Starting Quarterback und das auch schon in Woche eins. Aber das heißt ja nicht, dass du deinen bisherigen Starting Quarterback direkt entlassen musst. Klar, wenn es dann irgendwie Unstimmigkeiten gibt oder der sich mit der Rolle nicht zufrieden geben will, dann kann man nochmal irgendwie zu anderen Lösungen gucken. Aber das kann in meinen Augen gar nicht nur sportliche Gründe haben. Nee, nee, denke ich auch nicht. Und ich glaube, also wir spekulieren da natürlich nur, das muss man vielleicht auch dazu sagen. Aber ich glaube, es ist schon fair zu vermuten, dass die Tatsache, dass er eben nicht geimpft ist, dass wir jetzt mal, die Patriots haben jetzt haupt und hautnah mal einen Fall schon so miterlebt, wo ja, haben wir auch letzte Woche gesagt, wo eigentlich nichts passiert ist in dem Sinne. Nur halt ein Test nicht richtig übermittelt wurde. Aber wie das halt direkt alles durcheinanderwirbeln kann, dann hast du ein gemeinsames Training mit den Giants angesetzt, plötzlich ist dein vermeintlicher potenzieller Starting Quarterback nicht dabei. Und wie das halt so die ganzen Abläufe durcheinander bringen kann. Ich glaube schon, dass es fair anzunehmen, dass das eine Rolle gespielt hat, dass er jetzt auch vielleicht noch im Team wäre, wenn er geimpft wäre. Das wäre zumindest meine Vermutung. Gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, wenn wir jetzt auf die Dynamik im Lockerroom schauen, eventuell haben sie eben auch gesagt, Mac Jones hat sich diesen Platz verdient, also sportlich verdient. Und Cam Newton ist sozusagen ein Risiko, dadurch, dass er nicht geimpft ist und vielleicht halt auch zu sehr, und vielleicht, was du gesagt hast, vielleicht will er sich nicht zufrieden geben mit dieser Backup-Rolle. Vielleicht hat das in Anführungszeichen nicht gepasst. Das kann auch sein. Allerdings ist es ja dieses Jahr nun mal auch so, dass ungeimpfte Spieler ja auch sportlich quasi ein Risiko sind. Also du kannst wegen nicht geimpften Spielern Spiele verlieren. Und das ist halt etwas, was da, glaube ich, auch noch mit reinspielt. Genau. Und das war ja eben das Argument gerade mit Belicic. Deswegen hätte man es vielleicht zumindest noch aggressiver vermuten können, sage ich jetzt mal, dass Belicic halt mehr als jeder andere Coach wahrscheinlich Wert darauf legt, welche Spieler sind voll zu meiner Verfügung und welche Spieler eben nicht. Ja, genau. Also das habe ich jetzt schon aus sämtlichen Qualitätsklassen des Footballs quasi schon mitbekommen, dass es halt viele Coaches gibt, wo Verlässlichkeit einfach das allerhöchste Gut ist sozusagen oder die größte Qualität. Und dann halt auch mal jemand gecuttet wird oder nicht beachtet wird, der vielleicht sportlich dir auch noch was bringt, aber halt einfach auf den du dich als Coach nicht verlassen kannst. Und gerade mit so großen Rostern in der NFL und wenn du dann eben einen jungen Quarterback wie Mac Jones in der Hinterhand hast, der ja wirklich auch in der Preseason durchweg eigentlich einen sehr guten Eindruck gemacht hat. Jetzt auch in den, ich glaube, wir haben nach Woche eins mal drüber gesprochen, aber dann auch in den folgenden Spielen war das ja sehr überzeugend. Und Cam Newton, da musst du dir dann halt als Franchise die Frage stellen, was dann auch noch dazukommt, was bringt uns Cam Newton noch, so wenn wir eh die Zukunft in Mac Jones sehen. Aber wenn wir jetzt über Mac Jones sprechen, der ist Stand jetzt Starting Quarterback der Patriots. Gehen wir einfach mal davon aus, weil Jared Stillen wird es wohl nicht. Ist der überhaupt noch bei den Patriots? Ich glaube ja auch. Brian Hoyer wäre die Antwort. Brian Hoyer, ja, stimmt. Glaubst du, da wird jetzt noch mal nachgelegt oder ist das Mac Jones Season? Mac Jones ist der klare Starter jetzt, denke ich. Und das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, dass natürlich fokussiert sich jetzt viel auf Cam Newton und das ist ja auch richtig und logisch, eben weil sie diesen drastischen Schritt gleich wählen, ihn entlassen. Das war ja auch von der Timeline her absolut kurios. Belichick war noch auf der Pressekonferenz heute, im Prinzip anderthalb Stunden, bevor sie Cam Newton dann bekannt wurde, dass sie ihn entlassen. Und hat gesagt, ja, Cam Newton ist auf dem richtigen Weg, so nach dem Motto. Also auch das natürlich so zeigt nochmal, wie das Business so funktioniert. Also Bill Belichick ist jetzt nicht dafür zwingend bekannt, den Medien immer die Wahrheit zu sagen. Ja, das ist richtig. Nee, aber was ich wichtig finde, wirklich zu betonen, ist, dass Mac Jones sich diesen Platz halt verdient hat. Also bei allem, wo jetzt Cam Newton im Mittelpunkt hier steht in der Berichterstattung. Mac Jones hatte eine extrem gute Saisonvorbereitung, war der beste Rookie-Quarterback in der Preseason jetzt von denen dieses Jahr und das deutlich. Hat sich auch konstant mehr Snaps im Training verdient und die auch bekommen. Das haben ja Patriots-Reporter auch mehrfach berichtet, dass es auffällig war, wie viele Snaps Mac Jones auch wirklich kriegt. Und das ist, glaube ich, wirklich ein wichtiger Faktor. Also Mac Jones hat sich diesen Platz sportlich auch verdient. Vielleicht nochmal eben mit diesem kleinen Einschub diese fünf Tage, die Cam Newton eben gefehlt hat. Vielleicht war das dann auch in der Hinsicht nochmal das, was Mac Jones eben richtig viele Snaps gegeben hat mit den Startern gegen die Starting Defense der Giants in dem gemeinsamen Training. Vielleicht war das sozusagen auch der letzte Tropfen dann, dass er Cam Newton da sportlich auch überholt hat. Und dann würde ich eben auch betonen, es ergibt halt Sinn, Jones direkt spielen zu lassen. Weil er hat zwar nicht das Ceiling, was Trey Lance hat, was Justin Fields hat, aber der Floor ist viel höher und er ist jetzt viel weiter. Also ich glaube, bei Mac Jones gewinnst du nicht viel, wenn du ihn erstmal zuschauen lässt. Wo wir jetzt sagen, Trey Lance, der braucht vielleicht noch ein bisschen, Justin Fields, der braucht vielleicht noch ein bisschen. Mac Jones ist bereit zu spielen, das hat er in dieser Preseason gezeigt. Und natürlich wird es in der Regular Season nochmal anders aussehen gegen richtige Defenses. Genau, aber ich glaube, du gewinnst nicht viel, wenn du Mac Jones jetzt draußen hältst. Und deswegen, rein sportlich, halte ich das auch für eine sinnvolle Wahl. Aber trotzdem, das ist das, was ich ... Das ist so extrem halt bei Cam sind, ja. Entschuldigung, ich wollte da nochmal reingrätschen, weil genau das meinte ich ja vorhin. Wenn du aus sportlichen Gründen sagst, Mac Jones ist in unseren Augen der Bessere oder unser Starter, dann musst du Cam Newton nicht direkt entlassen. Genau. Also es gibt ja zig Beispiele, wo der Rookie, der gedraftete First-Round, das war ein Top-15-Pick, das darf man nicht vergessen. Und es gab ja zigmal schon, oder es gibt zig Beispiele, dass dann sich die Coaches entscheiden, okay, der ist jetzt unser Starting Quarterback und dann muss halt der bisherige als Backup da sein. Und klar, Cam Newton ist jetzt nicht ... Also, wie gesagt, wir kennen die alle nicht persönlich, aber Cam Newton, glaube ich, weiß ich nicht, ob man ihn so einschätzen kann, dass der dann einer sagt, ja gut, okay, dann begebe ich mich in die zweite Reihe und lerne diesen jungen Quarterback an sozusagen. Keine Ahnung, ob Cam Newton so ein Typ ist, aber jetzt mal eine komplett hypothetische Frage. Glaubst du, Mac Jones wäre Starting Quarterback der Patriots in Woche eins gewesen, wenn Cam Newton jetzt die kompletten letzten Wochen über geimpft wäre und sich nicht diesen bürokratischen Testfauxpas geleistet hätte? Ich denke, ja. Ich denke, ja, weil ich ... Also, angeknüpft an das Argument, was ich gerade gebracht habe, dass Mac Jones einfach bereit ist und dass es eigentlich keinen Sinn ergibt, ein Jahr oder ein halbes Jahr oder was auch immer von seinem Rookie-Vertrag so ein bisschen zu verschwenden, indem er auf der Bank sitzt. Aber auch, wie Belicic halt mit ihm umgegangen ist. Also, das muss man ja auch mal sagen, Belicic lässt nie einen Rookie-Quarterback irgendwie großartig spielen, starten. Und klar, er hatte Brady sehr lange, aber das war ja bei ihm sozusagen ... Also, Rookie-Quarterbacks waren bei ihm ja immer ganz klar eine Reihe drunter und haben dementsprechend auch trainiert und so weiter. Ähm, ich glaube, ich hab vorhin die Statistik irgendwo gesehen. Ich glaube, es gibt zwei Rookie-Quarterback-Starts in der Belicic-Patriots-Era und das war Jacoby Brissett vor ein paar Jahren. Ähm, wo natürlich auch diverse ... Äh, wo Leute halt gefehlt haben einfach und er dann sozusagen zu den Starts kam. Wie sie mit Mac Jones umgegangen sind, unterstreicht für mich einfach, dass sie der Meinung waren, Mac Jones ist bereit. Und, ähm, ich denke, dass das mit dem Impfstatus und so was, das war der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, was die Entlassung jetzt angeht. Ich glaube aber, dass sich Mac Jones den Platz als Starter sportlich verdient hat. Und ich denke, den hätte er auch gekriegt, wenn Cam Newton geimpft wäre. Dann wäre Cam halt vielleicht nur im Team. Das ist eben der Unterschied vielleicht. Tom Brady wäre ja auch nicht, hätte ja auch nicht gespielt, wenn sich nicht, ähm, jemand verletzt hätte. Das ist richtig. Bledsoe? War das Bledsoe? Ja, genau. Ähm, jetzt noch mal ein kurzer Blick auf Cam Newton. Ähm, unser DAZN-Kollege Flo Hauser hat getwittert, ähm, Cam Newton wurde entlassen. Wo geht's für ihn hin? Ich hab nur geantwortet, ins Impfzentrum. Ähm, das wäre weise, ja. Das wäre sehr weise. Ich meine, wir haben ja gerade eine Situation auch schon wieder in Indianapolis, wo Carsten Wenz auch jetzt nicht zur Verfügung steht, weil er auch nicht geimpft ist. Ähm, ja, also ich glaube, als Starting Quarterback ist das ein schwieriger Standpunkt. Ja, und Kirk Cousins wird in Plexiglas eingezäunt. Richtig. Also, das wollte ich eigentlich auch noch mal fragen, ähm, diese Situation bei den Colts, ähm, die ja wirklich super, super ungünstig ist, wenn jetzt der Starting Quarterback so kurz vor Saisonstart irgendwie in Quarantäne muss. Beziehungsweise, ähm, auf die, auf die Covid-19-Liste. Vielleicht ist das auch so ein, noch so ein weiterer Faktor gewesen. Ich weiß nicht, inwiefern sich das andere Coaches und andere Franchises das dann angucken und sagen, okay, krass, das ist, das kann so schnell gehen. Und das Risiko ist so hoch, wenn wir einen ungeimpften, wichtigen Spieler dabei haben und dann trennen wir uns lieber von dem, damit wir da überhaupt keine, damit wir nicht mit ihm planen müssen. oder in Versuchung geraten, mit ihm zu planen. Aber, ähm, zurück zu Cam Newton. Äh, glaubst du, der findet jetzt noch so kurz vor Saisonstart irgendwie, äh, ein Team? Gibt es überhaupt ein Team, was in Frage kommt? Und wenn ja, als Starting Quarterback. Also, das war ja schon vor den Patriots eher fraglich, dass er überhaupt noch mal so einen Starter, äh, Starting Job bekommt. Ja, genau. Also, als Starter nicht. Auf keinen Fall direkt als Starter. Also, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er, ähm, nicht jetzt sofort ein Team findet, sondern dass wir vielleicht eher Woche zwei, Woche drei sprechen. Dass er dann dann irgendwo unterschreibt. Und dann gibt's halt zwei Optionen. Also, entweder ein Team holt ihn und sagt eben ganz klar, wir wollen dich als unseren Backup haben. Das könnte natürlich, also, Baltimore fällt natürlich sofort, kommt sofort in den Sinn, einfach weil die halt diese Offense spielen. Ähm, Cowboys hat man jetzt schon mal so ein bisschen gehört, dass die zumindest sich mal damit beschäftigen wollen mit Cam Newton. Das wäre natürlich auch dann eine reine Backup-Situation, klar. Aber Prescott, der hatte ja mit diesen, hat ja diese Schulterprobleme jetzt gehabt, die ganze, oder die letzten Wochen auf jeden Fall. Ähm, insofern so eine Absicherung in gewisser Weise. Das wären halt die klaren Backup-Spots. Und dann gibt's natürlich ein paar Teams, wo er hingehen könnte und erst mal der Backup wäre, mit dem vielleicht Potenzial starten zu können, weil der Starter halt ein Wackelkandidat ist. Das könnte, Denver könnte das natürlich sein. Ähm, das können natürlich die Colts auch sein. Ähm, ich glaub's zwar nicht, aber ... Ich glaube, die holen sich nicht noch einen ungeimpften Quarterback ins Haus. Ähm, Washington wäre so ein Kandidat mit Ron Rivera, dass da, dass der ihn vielleicht für wenig Geld als Backup zurückholt dann, oder was heißt zurückholt, also, sich wieder mit Cam Newton zusammentut. Aber eine klare Option jetzt so, wo ich sag, die sollten's auf jeden Fall jetzt direkt machen. Weiß ich nicht. Siehst du eine? Also, ich bin da, ehrlich gesagt, eher skeptisch. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass es jetzt ein bisschen dauert für Cam Newton. Ja, da bin ich, da bin ich der gleichen Meinung, weil ich ja auch aus sportlicher Sicht etwas skeptischer nach der letzten Saison war. Also klar, das sah dann irgendwie unterm Strich auf dem Papier nach einem soliden Record aus, haben wir ja drüber gesprochen bei den Patriots. Aber, ähm, das war schon sehr limitiert. Und der Arm schien auch sehr limitiert zu sein. Deswegen, ähm, also wenn sich irgendwo jemand verletzt, also das ist, glaube ich, tatsächlich noch so ein Faktor, ähm, eher als, ähm, jetzt einfach ein paar Wochen in die Saison rein. Und ich glaube, wenn sich jemand verletzt, dann hat er noch mal eine Chance. Ich hätte die ganze Zeit irgendwie die Eagles mit auf dem Schirm gehabt, aber die haben sich ja nun mal, ähm, schon ein Backup geholt mit Minshew. Ja. Ähm, aber das wäre auch stilistisch, ähm, ich glaube, da hättest du die Offense nicht groß umstellen müssen. Ja. Ähm, falls Jalen Hurts floppt oder sich verletzt. Und, ähm, ähnliches Argument wie bei Baltimore. Aber Baltimore hat halt schon Backups, die genau so ein Spielertyp sind wie, äh, Lama Jackson. Nee, absolut, äh, klar. Also da wäre, wäre Cam Newton quasi nur ein Backup-Quarterback-Upgrade, wenn man so will. Genau. Aber deswegen glaube ich auch, dass der sich jetzt erst mal die ersten Wochen der NFL im Fernseher anschauen wird. Ja. Und wahrscheinlich auch, also in seinem, in seiner, äh, Herangehensweise wahrscheinlich ist es ja auch sinnvoller zu warten erst mal. Weil vielleicht kommt ja eben, wissen wir alle, die Verletzung kann immer kommen und wird wahrscheinlich auch irgendwo kommen. Ähm, und dann ist natürlich für Cam Newton besser auf dem Markt zu sein, als dass man halt irgendwie der Backup hinter Lama Jackson ist zum Beispiel. Und dann kommt aber auch nochmal wieder dieses charakterliche Thema ins Spiel. Ich erinnere mich daran, dass wir in der letzten Offseason, wo er so lange keinen Job bekommen hat, auch schon darüber gesprochen haben. Ist er jemand, der sich freiwillig ins zweite Glied begibt, der freiwillig irgendwo unterschreibt, wo er weiß, er wird Backup-Quarterback. Am Ende wurde er, ähm, oder hat er bei einer Franchise unterschrieben, wo er Starting-Quarterback sein konnte. Und wenn das jetzt auch noch damit reingeflossen ist, wenn er sich damit nicht zufrieden geben wollte, dass halt McJones bevorzugt wird, dann werden das NFL-Teams erfahren. Und dann ist ja, ähm, dann ist ja auf mehreren Ebenen die Frage, ist das überhaupt realistisch, dass er irgendwo zu einem Team geht, wo er halt nicht Starting-Quarterback sein wird. Weißt du, wie ich mein? Also, das ist ja dann sowohl charakterlich von seiner Seite aus, als auch von Team-Seite aus eher fraglich, ob man dann den Deal eingeht. Wäre jetzt halt die Frage, ob er jetzt eine andere Perspektive drauf hat, nachdem er jetzt schon sehr lange kein Team letztes Jahr hatte, dann zu den Patriots geht, jetzt da raus ist wieder, wir sind kurz vor der Saison, er wird jetzt nicht irgendwo eine, äh, eine komplett neue Offense noch lernen können oder sowas in der Art. Meinst, äh, Cam Newton wird irgendwann Humble, äh, sein. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass der Punkt halt irgendwann jetzt kommt, also, ne, so rein von, von, von der Timeline, er ist jetzt Anfang, Anfang 30, also 32, ähm, er, wir haben jetzt dieses Szenario eben hier entlassen, entlassen, kein Team von einem Rookie übertroffen, vielleicht wäre jetzt der Punkt, und dann könnte es ja halt so eine klare Backup-Situation sein, wie gesagt, also Dallas wäre natürlich auch so ein Beispiel, die haben ja auch keinen wirklich ernsthaften, äh, Backup hinter, hinter, hinter Dak Prescott. Ich schätze Cam Newton von ganz weit weg eher so als Typen einen, der sagt, nö, ich war, ich war NFL-MVP, ich werd hier jetzt nicht meine Karriere als Backup-Quarterback ausklingen lassen. Dann, wenn das stimmt, dann ist deine Karriere vielleicht, ich werfe ihm, ich werfe ihm, ich werfe ihm in dem Sinne etwas Eitelkeit vor, und ich glaube, das ist nicht aus der Luft gegriffen, wenn ich das tue, aber ich möchte nicht ausschließen, außer er kommt wirklich so, er ist so geerdet, dass er sagt, okay, ähm, lieber Backup als gar nicht. Ich, ich möchte das anzweifeln zumindest, also, ich weiß es nicht, ob das, ob das realistisch ist. Ja, und es wird halt, es wird halt nicht leicht sein, ähm, so wie jetzt die Situation sich darstellt, ein Team zu finden, einfach mit der, mit der Kombination, äh, wird keine Zeit haben, das Playbook erst mal zu lernen, also hat da natürlich einen, einen enormen Rückstand dann erst mal, logisch, plus halt nicht geimpft, was einfach ein Risikofaktor ist, haben wir jetzt sehr ausführlich drüber gesprochen. Ich glaube, da wird es einfach, äh, auch nicht leicht sein, ein Team zu finden, deswegen, denke ich, ist es auch für ihn sinnvoll, erst mal abzuwarten, und am sinnvollsten wäre es, sich direkt impfen zu lassen. Ich glaube, damit können wir es abschließen, weil das ist ein grundsätzlich, in meinen Augen, sehr guter Rat, den du da, äh, gegeben hast. Nicht nur was NFL-Spieler angeht, sondern gesellschaftlich. Hast du noch was, äh, zu Cam Newton oder den Patriots zu sagen? Ah, ich, äh, ich glaube nicht, bin sehr gespannt, was das mit unseren Patriots-Prognosen in der, äh, Prediction-Folge macht. Ich weiß es eben, ehrlich gesagt, selbst auch noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt, das jetzt besser oder, oder schlechter finde für ihre, für ihre Record-Prediction. Naja, erst mal solltest du auf deine Fantasy-Rankings schauen, ähm, und gucken, ob sich da irgendwas ändert, denn das steht als nächstes an. Mittwochabend, Livestream bei YouTube, wir kommentieren sozusagen den Draft unserer Bundesliga, der Don't-Talk-Fantasy-Football-Bundesliga, und am Donnerstagabend der Draft unserer Hörer-Liga. Seid da auf jeden Fall mit dabei und guckt zu, wenn Adrian in der sechsten Runde Mac Jones als Quarterback draftet. Absolut. Das soll's für heute gewesen sein. Wir hören uns Mittwochabend, oder sehen uns Mittwochabend und spätestens Donnerstag zu einer neuen Folge. Macht's gut, tschüss. Ciao, ciao.